ja die jahre leute und herzbekommen in seiner weiteren aufnahme hier hier aus endgült zusammen mit marcus und fußes erster aber wer möchte wollen will ist der punkt natürlich wieder im konflikt und futur ist bei uns in der kampfeinheit die heilige und das spiel ist scheiße er ist der flächste autofahren markus er ich weiß nicht dass du da bist ich fremd diesmal sogar er kann die wissen weil die alter aber gut oder ich überfahren ist auch lustig habe ich ja schon mal ausprobiert juhu ein kühl das ist ihr vor sich diese diese mörder steine hier oben nach ständige stein kürzmann neue maps man ja immer auch schon gehabt öfters so viel zu play game da unten steht ein panzer markus hier ja was soll ich machen alter der ist ausgestiegen von den drei ist aber ich habe ihn mitgenommen in seine leiche der nächste an der tür oder ist ein panzer der ist vorbeigeschossen ja genau der was für ein fetter der sich die weg rohre ich der herrscher wird zweimal hinterher das halbricht ich versuche ja 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 soll ich das mache ich hier egal ich kann ich treffe ich auch den rief hat jetzt mal auf mir hat im nächsten punkt wir haben den eigenen gegner natürlich haben wir wenn die Acht der Dach nein ausgleichen aussteigen jetzt nicht mehr manchen zu höhen zu stellen können auch neu geile in den Tigerpanzer der vier ich werde verzeichtiger gegriff ist das und für eine habe ich weggeholt b2 ja von b2 rüber zu b3 ist eine scheißstrecke die kämpfe jedes mal ich habe zu b3 ist eine schaufel in der hand gehabt ja die kannst du kaufen ich war angreifbar bin instant einfach tot meine ich hole mir wieder fahrzeuge ich habe gerade warte 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 du musst geradeaus machen du pfeife kuck so ok 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 ja ok foto ich habe auf dich jetzt versteckt mich hart rechts ich bin aber für links rechts genauer für links vorsicht mörder steine ich habe die karte rechts rum links ist immer gut mörder steine mörder steine so wir werden von den abgeschossen so ihr pfeifen Gott ihr seid doch wir fahrt in die kriegsgewinne ich kenne ich bin tot wurde gehett schadet wurde alle gehett schadet verboten fast auch mitten rein ja ich dachte so gar nicht nur ein guter warte auf uns ich habe unser Gander hat fertig geschossen das hat er in die und kann kein einziges Schuss abgefeuert zwar der Foto nennen kann nein das war ein Render nein ja ich bin der deutlich dass die Aufnahme und wenn der Typ saß an der Kanone ja Markus ja ich ist klar Markus ist als letztes eigentlich stieg ich es ist so weiter Achtung der Mörser meines von Raketen wo mir direkt ein Headshot gekillt muss der mir ein Headshot geben alter oh fuck da sind 3 links bis sie mir doch den Kopf abgerissen haben 10 nix ne ja ich schieß doch schon auf 3 3 gelbe bananen nein sieben grüne fort immer wenn er nicht von einem grünen Brot ich renne einfach so ein Falle auf der Stelle um ihr Fahrrad ich will auch mitfahren der Foto jetzt es nicht wird bei der Erdogan was ist sicher auf dem Ding ist hier alle hatten Fahrrad erhält sich gegen Panzerfäustern so Prozent oder S es ist aus der Ecke bis dahinter ich hab die Erhauten Rössl ja mit der Karte Fahrradfahrer ist noch besser geschält um Glück bin ich ausgestiegen und jetzt b2 angreifen irgendwie sterben alle die zu b2 reingehen weil er gesagt hat sich aus dem Weg kommen wird bei heißer Typ nur 1000 Euro er macht sich das ist dort er hatte doch noch eine granate und mörser was geht mir die gegner die hohe viele und viel zu gut die werfen einfach tausende granaten und die sind genauso viele wie wir nur dass unser trupp scheiße ist im Gegensatz zu denen ich habe ein Auto wer mit was wir haben was soll ich mit dem Ding ich hab hier ich töte hier alles alt was ist die Korte ich will so einen fetten Panzer und er ist unser er ist schon mal ausgestiegen ich bin so einen fetten Panzer Boah, das war's für mich da hinten im Gehirn gelegt, einer der hat gerade meinen Schützenweg gescheitzt und ich werde abgeschossen oh fuck und ich habe einen mit der Handgranate geholt ja, die haben einfach die Tür mit dem Fahrzeug zugeparkt ja eben, da kommen sie nicht rein, das ist behindert doch Ganaten reinwerfen oder das Fahrzeug aufsperren oder umgehen, Leute so eine Lösung ja durch die andere Tür oder Ganaten reinwerfen also ich bin dreh, ich bräuchte aber Feuerstuhl, da sich die Autos hacken kann, dass ich sie da wegfahren kann oh no, ich war durch, wahrscheinlich, ich war durch ich bin in der Lagerhalle kann der jetzt her, alter ja, Futur, dann hackt die Autos ja, wer alleine kann sie knicken ja, dann schießt die alle tot und Capture den Punkt und dann brauchen wir die Autos nicht mehr hacken oh ich werde von einem Panzer abgeschossen ja, ich habe mich zwar noch getötet, aber er habe mich auch noch getötet was ist da weg oh man, ein Fernseher ausbringt eh nichts boah, was ist das? da oben steht einfach ein scheiß Jagdpanzer nee, nee wir verlieren grad B21 B21 hol mal ein Auto ich habe schon ein Auto, wir verlieren B1, oder? ja, wir kommen so weit weg der Hübende steht irgendwo ein Panzer ja, der steht direkt am Punkt, ich habe ein Auto geholt ja, warte der Hübende steht irgendwo ein Panzer hier, der Hübende steht irgendwo ein Panzer ja, ich komme kommt her und darunter war ich nicht, da ist der Bruder ja, warte da oh je, jetzt kommen wir die Ente quack, quack, quack im Rückwärtsgang kann man den Berg nicht hoch vielleicht kann ich schneller rennen vorsichtig, Mörderschneide überall das ist ein bisschen mehr Sport machen vielleicht noch ein bisschen aufhören zu rauchen ein bisschen mehr Sport Mörderstein Mörderstein weniger Essen beim Aufnehmen da das ist un tulg da 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 da. High-Stück beide weg oder auch nicht einer soll jetzt wieder weiter fahren oh mein 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 ich will die sorry schwer schnell still aussteigen passen dein auto jetzt wird die waffe nachgeladen da wird die leben wieder aufgefüllt aber der lebensaufwürdig leite ich bin der beste das ist gut aber reicht das der oder nicht der beste der schlechten oder hat verloren nek gut und ich habe einen mit einer granate gekillt und einen ziemlich stark verletzt habt ihr schon oder ja gleich jetzt ich kann auch mit hier ich bin auch mit ihr beschossen ja das war ich habe ich meine leiche liegt auf die hauptsache der dinge hat zwei auspuffer ich kann schon wieder unendlich fahrzeug ist worden obwohl ich nur prozent habs geiler back muss ich schon sagen warte schieß ihn weg äh da fahrzeuge auch ich bin tot weil ich mich schielt also ich kann nicht beschließen jetzt mich tot ich habe beide auf dem fahrrad abgeführt also ich habe wieder ein fahrzeug nicht wieder die bürge ja geil wo bist du in dem gebirge ach du heilige fahren wir runter ja du bist witzig ja mit dem auto der wende ich hier runter bei den bürger stein juhu was macht ihr preifen denn ihr fahrrad fahren buch spaß haben ja steigert wieder aus idiot steigt ein steigt wieder aus und dann pfeift er jetzt fahren sie alle beim panzer mit ok dann geb ich gas ja ein richtig fetter panzer ich bin chauffeur der stufe 3 geworden so oft reiht euch durch die gegend auch ich wurde abgeschossen das habe ich auch nicht alter ja fülle dein leben wieder auf wenn du leben verloren hast ne ne ich hab voll lebt da drüben steht schon wieder einer was ist denn das für einer tiger tiger 2 ich hab schon wieder einen mit einer granate gekillt also die granaten sind ja einfach overkill aber jesuit ein ein Untertitelung des ZDF, 2020